Peri Rodan 2993 Das bittere Aroma der Gestirne Von Susan Schwarz Gelesen von Tom Jacobs Die Hauptpersonen Peri Rodan Der Terraner sucht den Kontakt zu den Gemini. Gucki Der Mausbiber präsentiert seine Fähigkeiten Im Einsatz Shani und Cheskuran Zwei Merakulan, die auffallen Fabienne Laplata und Graeme Riesmann Zwei Menschen, die sich für die Merakulan interessieren. Ein besonderer Spross erscheint Segen oder Fluch der Gemini? Gut 3000 Jahre in der Zukunft Peri Rodan hat nach wie vor die Vision, die Milchstraße in eine Sterneninsel ohne Kriege zu verwandeln. Der Mann von der Erde, der einst die Menschen zu den Sternen führte, möchte endlich Frieden in der Galaxis haben. Davon ist er in diesen Tagen des Jahres 1552 NGZ allerdings weit entfernt. In der von der Superintelligenz S verlassenen Milchstraße machen sich Boten anderer Superintelligenzen breit, ebenso alte Feinde von S und neue Machtgruppen. Das größte Problem der Milchstraße ist dabei gewiss der Weltenbrand, den sich der skrupellose Adam von Aures für seine weitreichenden Pläne zunutze machen will. Beigelegt scheint indes der Konflikt mit den Togondu, einst ein von S unterstütztes Volk, das von der Superintelligenz verbannt wurde und seit Jahrtausenden in der fernen Galaxis Sefchuris auf seine Rückkehr wartet. Mittlerweile ist mit der neuen Herrscherin ein neues Zeitalter angebrochen und friedliche Koexistenz und Partnerschaft rücken in greifbare Nähe. Bleiben die Gemini als Repräsentanten der schlafenden Superintelligenz Geschot, die angeblich ein Mündel von S ist. Aber wie passt das Verhalten der Gemini zu dieser Aussage? Perirodan sucht den Kontakt zu den Gemini und schmeckt beinahe selbst das bittere Aroma der Gestirne. Kapitel 1 In Memunyet 27. April 1552 NGZ Gepriesen sei Hilogar! Begrüßt alle den Morgen und die Gründerin! Bittet um den Frieden des Tages! Die Menana stand auf dem Podest, die Arme erhoben und führte den Gesang an. Der Chor antwortete ihr und vollzog die rituellen Bewegungen. Die ganze Stadt war auf den Beinen, überall standen die Merakülan auf Emporen, Dächern und Balkonen, drängelten sich in den Straßen. Nicht alle waren Einwohner, sondern für viele war die Feier Anlass, in die Hauptstadt zu kommen und die sieben Wahrzeichen zu besuchen. So wurde aus dem melodiösen Gesang bald ein gewaltiger Krach, als das Echo von den Häuserwänden zurückschallte und die Klangstärke nicht nur vervielfachte, sondern auch einen mehrstimmigen Kanon schuf, der in der Reihenfolge völlig durcheinandergeraten war. Verstärkt wurde dies durch das rhythmische Fußstampfen und Händeklatschen. Sämtliche Merakülan trugen an diesem Tag ihre schönsten, wallenden Seidengewänder, die in allen nur möglichen Farben schillerten. Unter den halb durchsichtigen Stoffen schimmerten die individuellen Muster der normalerweise hellblauen Schuppen, die sich ebenfalls in prächtigen Schattierungen präsentierten. Die langen und gebogenen blauschwarzen Krallen an den Zehen der in wadenhohen Schnürsandalen steckenden Füße waren auf Hochglanz poliert. Shanlandiri, die weiße Lebensspenderin, läutete den Sommerbeginn mit strahlendem Schein und angenehmen Temperaturen ein. Je höher sie stieg, desto mehr streckten die Merakülan die Zungen zum Schmecken heraus, was sie nicht im Kehlkopfgesang behinderte. Manche hielten sich an den hocherhobenen Händen und tanzten durch die Straßen. Es gab keinerlei Verkehr, alles stand im Zeichen des Sommerfestes, des Neujahrsbeginns. Nachdem die Lobpreisungen beendet waren, bewegten sich die Merakülan fröhlich durch die Straßen. Die Fabriken, Montagehallen, Büros und Geschäfte hatten geschlossen, lediglich die Straßenhändlerinnen boten ihre Waren feil und machten die besten Geschäfte des Jahres. Sie empfanden diesen Tag nicht als Arbeit, sondern als Vergnügen. Vor allem der Markt von Naschnapa stand ganz im Zeichen der Energie. Schuppenfärbemittel, die feinsten Stoffe, Krallenpolituren, Krallenaufsätze für die Finger, Verwöhnschlammbäder, Schmuck, Fruchtbarkeitshelfer, Brot- und Nestpflegemittel, Klangbäume, Zirptuten, Sensorgongs, Lichtschmeckintensivatoren und dazu Nahrungsmittel roh und gegart in Hülle und Fülle von der gesamten Südhalbkugel herbeigeschafft. Und für dampfende, vielfarben Cocktails durfte das einzigartige Nordeis nicht fehlen, aus jener Region, in der ewiges Dunkel herrschte. Das Sommereis war in der Konsistenz cremiger, das Wintereis hingegen zu klaren Würfeln gepresst. Selbst die Ärmsten der Armen kamen auf ihre Kosten. Wer bedürftig war, bekam alles kostenlos und mit guten Worten. Manche aufstrebenden Firmen nutzten den Tag als Börse, um neue Mitarbeiterinnen zu gewinnen. Mit Gongs und Hupen machten sie auf ihre großen Tafeln aufmerksam. Shani und Shes Kuran hatten sich am Gebet beteiligt und streiften über den Markt, um von den zahlreichen Angeboten an Naschwerk zu kosten und die eine oder andere Verlockung zu erstehen. Die ersten Betrunkenen torkelten umher, kichernd und feixend. Shes Kuran geriet in das Visier einer Gruppe aus vier Frauen, die, den bunten Schuppenfarben nach zu urteilen, auf Bräutigamschau waren. Das Neujahr läutete die Fortpflanzung ein. Auch sie hatten schon einiges Intus, wirkten aber eher beschwipst als volltrunken. »Hallo, Süßer!«, flöteten sie im Chor mit vibrierendem Kehlkopf. Normalerweise konnte kein Mann dieser Aufforderung widerstehen. »Wärst du bereit, für unser Gelege zu sorgen?« »Ist dir das genehm, Schwester?«, wandten sie sich an Shani. Shani zeigte durch eine Handbewegung mit zwei der vier Krallenfingern zu einem Bogen geformt an, dass sie kein Problem damit hatte. »Er ist mein Dauerbegleiter.«, dann giegelte sie. »Und aus gutem Grund, Schwestern. Ich kann Shes Kuran nur anpreisen.« »Wie lange bist du denn schon, Mann, bester Shes Kuran?« Eine der Frauen näherte sich ihm nun. Sie hatte die Lippenschuppen ihrer hübschen, schmalen Schnauze dunkelblau gefärbt und die Wulstschuppen über ihren vier schmalen, orangefarbenen Augen betont. Sie trug viele Ketten und Armbänder und mehrere Piercingringe im Gesicht. »Schon immer«, antwortete er. Ihr gezackter Kopfkamm stellte sich leicht auf. »Willst du behaupten, so geboren zu sein?« Alle lachten, einschließlich des Mannes. Das war ein guter Witz, denn Merakulan vermehrten sich hauptsächlich parthenogenetisch. Selbst wenn einmal ein Mann am Gelege beteiligt war, gab es immer nur lebende weibliche Nachkommen. Eier mit männlichen Geschlechtsanlagen lösten sich noch im Mutterleib auf. »Ich habe bereits mit der Geschlechtsreife gewechselt«, antwortete Shes Kuran, nachdem sich die allgemeine Heiterkeit gelegt hatte. »Es erschien mir richtig.« Das brachte die Werberinnen zum Staunen. »Und wie das richtig war«, trillerte Shani. »Er hat bereits mehrere hundert Schwestern gezeugt.« Merakulan waren in der Lage, ihr Geschlecht zu jedem Lebenszeitpunkt ab der Reife zu wechseln. Meistens wurde der Drang dazu durch ein besonderes Ereignis ausgelöst. Das konnte eine bestimmte Wetterlage sein, aber auch ein außergewöhnliches Mahl oder eine isolierte Gemeinschaft, die genetische Auffrischung benötigte und diese nicht durch Nahrungsumstellung herbeiführen konnte. Allerdings kam das nur sehr selten vor. Ein Mann kam auf hunderttausend Frauen in der Hauptstadt. In ländlichen Gegenden gab es weitaus weniger. Die Chance, einen Mann wie Shes Kuran zu treffen, lag bei eins zu einer Million, im besten Fall. Die Frauen umringten ihn nun und schnupperten mit ihren langen, röhrenartigen und geschmeidigen Zungen. »Ja, er riecht intensiv«, stellten sie fest. »Und seht mal, seine schönen glatten Schuppen. Und dieses alten Blau.« Ihre Kopfkämme stellten sich aufgeregt halb auf und fielen klappernd wieder zusammen. »Du musst es tun«, flehten sie. »Das werde ich gerne«, erwiderte er. »Aber wir müssen zuerst die sieben Wahrzeichen besuchen.« Memunyet war nicht nur die größte Stadt des Kontinents, sondern auch die berühmteste. Ihr Gründungsdatum reichte fast zweitausend Jahre zurück und die Zahl der Legenden, die sich um sie rankten, war hoch. Die sieben Wahrzeichen verteilten sich auf die Altstadt und waren eine Verpflichtung für alle Besucher. Wer sie nicht beschreiben konnte, dem wurde abgesprochen, jemals in der Hauptstadt gewesen zu sein. Außerdem waren sie Teil des Rituals bei allen Feierlichkeiten, denn es hieß, dass Glück und Frieden nur so lange halten konnten, wie ihnen gegenüber Dankbarkeit bezeugt wurde. Da gab es die Wasserkunst. Ein zu Anbruch des frühen technischen Zeitalters raffiniert ausgeklügeltes System, um ober- und unterirdisch die ganze Stadt von einer einzigen Zentrale aus zu versorgen. Das zweite Wahrzeichen war der Wechselbalk, der von einer Neidschwester in die Wiege der Nachbarin gelegt worden war. Dieses Sinnbild befand sich direkt neben dem Eingang des immer noch existierenden Kugelhauses. Wahrzeichen 3 war die oranische Zwitterfrau mit dem tödlichen Blick, die man besser nicht verärgerte. Man wusste ihren ungefähren Aufenthaltsort und hatte ihn markiert, doch gesehen hatte sie niemand seit Entstehung der Legende. Dann gab es die blaue Säule des Zunfthauses der Weberinnen und Schneiderinnen, das in vielen stilisierten Falten wie ein geschwungener Vorhang gebaut und gelb gestrichen war. Doch diese eine Stützsäule wurde nach jedem Anstrich auf unbekannte Weise wieder blau. Ein unheimlicher Ort, überwuchert und dicht umrangt von giftigen Kräutern, war das Haus des dunkelgrünen Orrum, des Herrn der Nacht und Schöpfer der gleichnamigen zehnbeinigen Fliegspinner, einer schlimmen Plage der Frühzeit. Ein dunkles Loch bildete das Zentrum, das Mutige dazu aufforderte, die Hand hineinzuhalten, doch das wagte kaum jemand. Das Haus der sieben Dächer war einzigartig, der erste Tempel der Helogar. Jedes Dach versinnbildlichte die bedeutenden Lebenszentren der Merakülan. Und zuletzt die Skulptur der Helogar selbst, Forscherin und Gründerin der Stadt, die zugleich über sagenhafte Heilkräfte verfügt und ein ungeheures Wissen besessen haben sollte. So deuteten es zumindest die vielen erhaltenen Schriften an, die sie hinterlassen hatte. Mit ihr war der Morgen einer neuen Zeit heraufgedämmert. Und sie war es auch gewesen, die den Schrecken des bis dahin allmächtigen dunklen Orrum bannte. Die Fliegspinner waren zwar weiterhin eine Plage, gefährlich und giftig, doch die Merakülan hatten dank Helogar gelernt, sich gegen sie zu wehren. Bei dem heroischen Kampf gegen Orrum hatte Helogar einen Finger verloren, weswegen die Zahl sieben seither die höchste heilige Zahl war. Es war nicht leicht, durch das Gewimmel vorwärts zu kommen, denn neben all den Besucherinnen, Pilgern und Feiernden tummelten sich auch die Kinder und Halbwüchsigen. Abgesehen von den vier Hauptstraßen verliefen die Nebengassen sehr chaotisch, denn jede Merakülan stellte ihr Haus gerade dorthin, wo es ihr passte, und formte es nach ihrem eigenen Geschmack. Da gab es Nadeln, Bögen, Halbkugeln, Netze, Blöcke, Säulen, Würfel und vieles mehr, und wegen der zunehmenden Platzenge wirkte die Stadt immer mehr wie eine Ansammlung in abenteuerlicher Weise übereinander gestapelter Gebäude. Alle in den buntesten Farben, jedes individuell. Garniert wurde dieses architektonische Chaos durch viele Leitungen und Kabel, die auf Mastbäumen entlangliefen und Zeugnis davon ablegten, dass sich der technische Fortschritt nicht aufhalten ließ. Elektrisches Licht, Fernheizung, Gasenergie, Fernsprecher, sogar Bildübertragungen waren seit Neuestem möglich. Auch über das Land wurden Hochkabel gezogen, an denen entlang Züge die schnellstmöglichen Verbindungen zwischen den Städten bildeten. Zu ihnen gesellten sich neben den nach wie vor gängigen Zugtierfahrzeugen mittlerweile zahlreiche Vehikel für wenige oder sogar nur einzelne Personen, die mit allerlei Destillaten betrieben wurden und dampfend auf befestigten Straßen dahin ratterten. In den Städten selbst waren wegen der drangvollen Enge sämtliche Gefährte verboten. Die Waren für die Märkte mussten per Handkarren, die zumeist von kleinen, kräftigen, vierbeinigen Leguns gezogen wurden, bedient werden. Im selben Maße, wie der Warentransport zunahm, blühten im Umland Waren- und Frachthäuserkomplexe auf, die sämtliche Waren empfingen und dann auf viele Austrägerinnen entsprechend weiterverteilten. Das tägliche Verkehrschaos.